Es ist der 20-jährige Dornbirner, Schorsch Nussbaumer. Ein junger Mann, der sich dem Klavier, der Musik, dem Gesang verschrieben hat, den wahrscheinlich die jungen Leute in Vorarlberg schon sehr gut kennen, der mit seinen zündenden Melodien, mit seinem Rhythmus immer wieder Freude bereitet. Und Schorsch, was werden wir jetzt zu hören bekommen? Ziemlich was Schnelles, ein Boogie von B.B. King, das heißt Caldonia. Also, lassen wir uns überraschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das gibt jetzt einen gewaltigen Applaus für den Schorsch Nussbaumer.